vorsicht zeit zu sterben also ja trotz dass sie feuerschwerter hat macht die google trotzdem doch recht auf dem leben achtung kämpft dorthin also zeit zu sterben verteidigt euch was jetzt wo sonst na los ja zeit zu sterben verteidigt euch ist was vorsicht achtung wie kann ich dienen so ihr könnt schon mal ein kleines haupthaus errichten wenn wir es da oben in die ecke quetschen und ihr bringt ja schon gut jetzt hier wäre nochmal ein fitzelchen den ja was jetzt so ihr auch ein haupthaus das gebäude ist fertig nicht packen wir es da oben hin gerne gerne so ihr ja zurück mit euch ja 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 wie kann ich dienen So, einen Steinmetz, gerne hier. Heißen könnte ich dann mit den Orks beschaffen. Dann kommt schon die nächste Mumie, angewatschelt. So, dann kümmern wir uns gleich mal um Nahrung. Dafür brauchen wir ein Nahrungslager. Ja! Dann stellen wir mal hier ein paar Feuerwerfer auf. Zurück mit euch! Wir errichten mal hier einen Kohlenschnitzer. So, ihr errichtet mir die erste Pilzfarm. Danke! Zeit zu sterben! Das Gebäude ist einsatzbereit! Wobei, ich glaube, Eisen sollten auch eher Bier beschaffen. Das Gebäude ist fertig. Wohin? Gut, das Gebäude ist einsatzbereit! So, einen Feuerwerfer sollten wir da noch bauen. Wuff. Ich dachte schon, da kommt jetzt ein ganzer Trupp, aber es ist nur so ein... Arbeit! Ja, Arbeit! So ein anderes Vieh. Ich habe aber langsam keine Runenkraft mehr, fällt mir so auf. So. Ich schmelze. Das war nicht geplant, dass du wegläufst. Mist. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich Brand dabei schaffe. Oh, er kommt zurück. Gut. Auf meinem Befehl, folgt mir! Ja, weiter kann ich euch nicht folgen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Das ist nicht gut. Bereit. Geh mir nach. Mir nach. Das Gebäude ist fertig. Das finde ich jetzt echt nicht gut. Auf mein Schnellen! Und ja, für ein Blutheiligtum brauche ich erstmal ein mittleres Haupthaus. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja, ich kann euch jetzt machen. Ah, die Mumie scheint aber gerade in jemanden zu rufen. Habe ich vielleicht Glück gehabt? So, für euch dasselbe. Ein klares Haupthaus errichten. Danke! So, jetzt ein Blutheiligtum errichten. Na los! So, jetzt ein Blutheiligtum. Gut, das Blutheiligtum wird errichtet. So, jetzt ein Blutheiligtum. So, jetzt ein Blutheiligtum. Verbesserung ist fertiggestellt. Was verlangt ihr? Geile Meister! So, das sind dann alle, die wir hier brauchen. Okay, Brander kosten schon ein bisschen weniger. So, dann errichtet ihr uns noch eine Schwede. Oder hier. So, jetzt ein Blutheiligtum. So, jetzt ein Blutheiligtum. So, jetzt ein Blutheiligtum. Ich mag's ja, ich habe gesagt nicht, dass du da oben rumstehst. Deswegen folgst du mir bitte am besten wieder. Du da, stirb. Achtung!